Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2 Solo. Ich habe ja jetzt genug Geld, um mich entweder den Dieben oder den Vampiren anzuschließen. Und ich habe mich ja gegen die Diebe entschieden, ich will mich den Vampiren anschließen. Walen und Bodi und all den anderen, die es da noch gibt. Da es aber im Moment noch helllichter Tag ist, wir haben 12 Uhr mittags, muss ich noch was... und die Vampire natürlich erst bei Dunkelheit vor die Tür gehen, habe ich noch ein bisschen Zeit tot zu schlagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein paar kleine Requests und wir schauen einfach mal, wie viele davon wir hinbekommen. Ich will mich jetzt hier beim Orden des strahlenden Herzens melden, bei den Paladinen, um eine Aufgabe mehr zu holen, wo es darum geht... Oh, was haben wir hier? Miranda ist hier! Die kenne ich ja! Hallo Miranda! Miranda Lonsen! Aber ich glaube, das ist nicht die gleiche, nein, nicht ganz. Die versucht hier einen Vater, also einen Mann abzuziehen oder auszuziehen, zu betrügen, indem sie so tut, als wäre das seine Tochter. Das macht sie mit mir auch, ich rede aber nicht mit ihr. Nein, ich gehe einfach weiter. Wie gesagt, hier bekommen wir die Quest, gefallene Paladine, die sich im Brückenviertel aufhalten, zu unterwandern und ihren Anführer umzubringen, glaube ich. Denn die begehen im Namen des Ordens Verbrechen im Brückenviertel. Ist schon geschehen. Und ich glaube, hier sind Heiltränke drin. Ja, ein Trank. Hier sind Heiltränke drin. Auch nicht. Meine Güte. Hier sind Heiltränke drin. Danke. Danke, danke. Hey du, Sir Ryan Troll. Sir Ryan Troll, ja? Troll. Hallo. Natürlich. Es ist eigentlich lustig. Ich schließe mich hier den Paladinen an, weil ich ein bisschen Zeit verplempern will, bevor ich zu den Vampiren gehe, die böse sind. So, er erzählt mir jetzt, dass ein paar ausgestoßene Paladine unter dem Paladin Anark im Brückenviertel eine Gang gegründet haben und sich noch weiterhin als Paladine ausgeben. Und wir sollen jetzt hingehen und sagen, Hallo. Ihr könnt damit aufhören. Tut, was ihr für nötig haltet. Genau. Auf geht's. Auf geht's. Wir haben es den Schattendieben zu verdanken, dass Anark ihre Aktivitäten auf das Brückenviertel begrenzt hat. Interessant. Interessant. Die Schattendiebe, die sind kurz davor, eine vernichtende Niederlage zu erleiden, sobald sich Brackett, und damit meine ich den hier, den Vampiren angeschlossen hat. Und wir reisen zum ersten Mal in diesem LP ins Brückenviertel. Wir waren auch immer noch nicht im Regierungsviertel und auch noch nicht im Friedhof. Seid gegrüßt, Bürger. Ich vertraue darauf, dass eure Waffen an ihrem Platz bleiben. Interessant. Wieso begrüßt du mich hier so? So. Ich warne jedermann, sodass man überall davon hört, dass Wachen auf den Straßen sind. Wir hatten eine Reihe von Morden und ich möchte keine weiteren erleben müssen. Ich denke, das werden wir auch untersuchen, wenn wir schon mal hier sind. Diese Reihe von Morden. Sind die in der Kneipenschlägerei gestorben? Nein. Da draußen ist eine widerliche, kranke Person. Und ich habe einfach nicht genügend Leute, um jeden zu beschützen. Er tötet Arme. Manchmal sogar in den Gassen, wo sie schlafen. Also hier gibt es einen richtigen Serienmörder. Erhäutet sie lebend. Überall Blut. Der kleine Farragi. Ein Straßenjunge fand das letzte Opfer. Okay. Mit dem müssen wir unbedingt mal sprechen. Mit dem kleinen Farragi. Und was haben wir noch hier? Äh, der alte Rampa wurde beinahe getötet. Und ein Straßenmädchen in dieser Gegend, Rose, hatte ein Riesenglück. Also mit den Leuten können wir sprechen und nach Beweisen suchen, um den Häuter im Brückenviertel zu stellen. Aber zuerst suchen wir die gefallenen Paladine, die sich hier unten aufhalten und schleimen uns bei denen ein. Ehrenmänner trifft man nur selten. Die haben hier eine kleine Auseinandersetzung, die Paladine, mit einer ganzen Menge an gewöhnlichen Kriminellen. Ich glaube, das sind mehr als sonst. Ähm, die wollen hier Rindus. Ich glaube, das ist der hier vertreiben, der normalerweise hier das Sagen hat im Brückenviertel. Ha! Das ist gut. Wenn ihr versucht, mir mein Territorium abzujagen, werdet ihr sterben. Okay, das stimmt so geiles Wort, oder? Ha! 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 Doch, das klingt gut. Territorium. Hier bricht jetzt ein Krieg aus und ich mische mich auf der Seite der Paladine ein, denn die will ich ja unterwandern. Ich will dich da. Ich will die Priesterin da. Zaubernde Leute sind gefährlich. Stirb, Schmugglerin. Stirb, stirb, stirb. Stirb dreifach. Los. Von den Fährcampern muss ich mich ja nicht in Acht nehmen. Die können nichts. Weil ich den tollen Schild anhabe. Komm, hau ihn um. Ich will ihn umhauen. Ich will Rindus umhauen. Lass mir Rindus. Ich brauche die Erfahrungspunkte dringender als du. Okay, das hat funktioniert. Unsichtbarkeitstränke. Die könnten nützlich sein. Vor allem als Solo-Charakter. Da kann ich mich nochmal zurückziehen, wenn ich zu viel abbeißen sollte. Ich bin Bracket. War mir eine Ehre, euch geholfen zu haben. Such dir vielleicht Hilfe. Wunderbar, ja. Du darfst mich anheuern. Die wollen jetzt, dass ich ihnen einen Kelch bringe. Und zwar den Kelch, den Anark zu seiner, ich weiß nicht, Einweihung bekommen hat. Auf jeden Fall hat er einen Kelch zurückgelassen, der von Bedeutung ist. Und den soll ich einfach zurückbringen. Werden wir machen. Werden wir machen. Gleich nachdem ich diese Leichen hier untersucht habe. Und nachdem ich den Mörder... Hey, nein. Dir wollte ich nicht reden. Kampfmusik kann auch jederzeit aufhören jetzt. Wäre okay für mich. Wunderbar. Ja, hat hier niemand mehr was? Okay. Okay, ich nehme die Schuhe. Ja, ich nehme die Schuhe. Die bringen zwar nichts, aber sie schaden auch nicht. Also warum nicht? Ach, ich habe ja hier noch alles Mögliche an... Ich habe nicht verkauft letztes Mal. Das ist ja fürchterlich. Na, dann wollen wir mal die Zeugen des Mordes uns vornehmen. Hier liegen noch ein paar Leichen. Wahrscheinlich wurde dieses Absperrband noch nicht erfunden. Drei Stück auf einem Haufen. Ach nein, das sind Opfer des Gildenkrieges. Das sind Schattendiebe. Okay. Das sind nicht die Opfer von... von dem Häuter. So, ich denke, Rampa müsste hier gleich stehen. Vielleicht werde ich aber auch überfallen. Wer weiß. Und ich glaube, hier ist eine Falle an der Tür. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wer bist du? Du bist ein Fischhändler, oder? Ja, frische Fische, genau. Frische Fische. Hm. Okay. Von dir kann ich anscheinend nichts kaufen. Ich wollte frische Fische kaufen, aber das Spiel lässt mich nicht. Okay. Du bist Rampa, der Bettler. Ich will was über die Morde wissen. Ähm. Ja, sag mir, was du weißt. Aha. Er hat also irgendetwas erfunden. Für 100 Goldmünzen wird er uns, äh, etwas geben, was er direkt neben einem Toten gefunden hat. Okay. Da sind 100 Goldmünzen. Das ist keine Menschenhaut. Guckt nicht so. Es ist wirklich keine. Ja, es ist Leder, aber keine Menschenhaut. Wirklich. Die Leichen, die hat einer gehäutet. Ich weiß, aber das hier ist nicht von denen. Danke. Also ich habe jetzt definitiv keine Menschenhaut im Inventar. Aber eine exotische Fellrüstung. Das Leder ist dick, rau und erinnert euch an kein Leder, das ihr kennt. Selbst das Leder einer Kuh oder anderer euch bekannter Tiere mit dicker Haut ist nicht so stark. Das betreffende Wesen muss in der Tat recht exotisch sein. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Elefantenleder. Trotz der Maserung hier ist das, glaube ich, Elefantenleder. Du bist ein Mädchen. Hallo Mädchen. Ihr seid ein Fremder. Okay, okay. Rassistische Mutter. Meine Mutter sagt, dass Elfen irgendwo auf Bäume klettern sollten. Ja. Er klettert zurück auf die Bäume, Elfen. Und das ist das Straßenmädchen Rose. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Mit euch? Nie im Leben. Nein, ich brauche ein paar Informationen. Informationen kosten Geld. 20 Goldmünzen. Na klar. Da war der Bettler aber der bessere Verhandlungspartner. Der hat mir mehr Gold abgenommen. Ich will etwas wissen von den Morden. Sie hat den Mörder nicht gesehen. Sie hat aber was gerochen. Und zwar Gurrelbären. Und sie hat uns jetzt gesagt, sie sollen der Händler, ich soll den Händler fragen, er soll mir ein paar Sachen geben, die nach Gurrelbären riechen. Und sie wird dann Probe riechen, Probe schnüffeln und mir sagen, was genau sie gerochen hat. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Uh, außerdem kannst du das Leder identifizieren. Das ist eine gute Frage. Hey du! Mit den ganzen Fliegen hier. Kannst du das Leder identifizieren? Es sieht in der Tat recht dick aus. Sehr selten. Ich habe es aber schon mal gesehen. Das ist Elefantenhaut. Gut für schwere Rüstung, aber wirklich selten. Wo kriegt man das her? Nun, die logische Antwort würde jetzt lauten, von einem Elefanten natürlich. Aber ihr seid nicht zum Scherzen aufgelegt, was? Nun ja, es gibt vielleicht ein paar Orte, wo man so ein Leder herbekommen könnte. Ein Gerber würde solches Leder wohl zu Gesicht bekommen. Obwohl sicher nicht allzu oft. Hm, okay, ein Gerber? Sprecht mit einem Gerber. Es gibt hier einen. Regique. Okay, außerdem ein Zirkus. Interessant. Danke. Ach nee, nicht danke. Gurrelbären. Drei Dinge. Gurrelbären, Eichenrinde und Solikbären. Er gibt uns die drei Sachen. Wenn ich mich recht erinnere. Das sind... Oh, er hat mir das Elefantenleder abgenommen. Das ist Eichenrinde, die zum Gerben verwendet wird. Das sind Gurrelbären und das sind andere Bären. Warte mal da. Solikbären. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was genau Roos gerochen hat. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Eichenrinde, 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 also wir haben jetzt relativ gute Indizien gegen den Gerber. Eichenrinde, Eichenrinde wird verwendet, um Gerbstoff herzustellen, sie hat's gerochen am Tatort. Außerdem haben wir am Tatort etwas gefunden, was ein Gerber, was nur ein Gerber in die Finger bekommen würde. Nämlich exotisches Leder. Ja? Das ist genug. Das ist genug. Wir können jetzt entweder sagen, entweder hier hochgehen zu dem Lieutenant Egesfeld und sagen, hey, ich glaube, es ist der Gerber. Ich habe hier diese Beweise gesammelt. Oder wir können selbst den Gerber stellen und ihn befragen. Und das ist die bessere Variante. Denn bei der anderen geht der gute Lieutenant drauf. Der gute Leutnant. Wie auch immer. Also wollen wir mal den Gerber fragen, warum wir da exotisches Leder gefunden haben. Tut mir leid, ich habe gerade geschlossen. Kommt doch wieder, sobald ich mein Lager aufgefüllt habe. Ja, ich wollte euch etwas über die Morde fragen. Am Tatort wurden Elefantenhaut und Gerbsäure gefunden. Ich verstehe. Und ihr habt diese Beweise gefunden? Ich schätze, es wissen auch noch andere davon. Was? Dann wird es also hiermit nicht enden. Spaßig. Was? Ein einfaches Stück Leder. Eine Nase voll Gerbsäure. Wäre mein Leder nicht gerissen, hätte ich nicht die neue Rüstung getragen. Kein Riss und es hätte keinen Geruch gegeben. Wunderbar. Komm mit mir zur Garnison. Du bist verhaftet. Nein, das werde ich nicht tun. Meine Arbeit muss weitergehen. Mein Handwerk ist zu wichtig. Es gibt nichts mehr zu tun, außer der Arbeit an den ultimativen Materialien. Ihr könnt nicht aufhalten, was unaufhaltsam ist. Und damit haut er ab in den Keller. Der voller Fallen ist. Das wird nochmal lustig gleich. Ich glaube, der ist nicht nur voller Fallen. Der ist auch voller böser Monster. Den Trank können wir... Den benutze ich direkt, ja. Bei der kleinsten Provokation werde ich jetzt den Regenerationstrank einwerfen. Dann stellen wir uns mal der Musik. Und zwar in diesem Fall den Fallen. Der läuft weg. Keine Sorge. Das macht keinen Unterschied, was wir hier machen. Aber hier liegen überall Fallen. Und zwar wirklich überall. Ich sage das ja relativ oft, dass überall Fallen liegen. Wunderbar. Das hat funktioniert. Aber ich meine wirklich überall. Fallen. Leichen. Meine Güte. Alleine eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leichen. Hier direkt sichtbar in seinem Schlafzimmer. Und das zusätzlich zu den Leuten, die auf der Straße gefunden wurden. Das ist total krass. Das ist total der Massenmörder. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt so viele Leute gibt. Die er umbringen kann. Ja. Das tat weh. Oder hätte weh getan. Ein Feuerschutztrank. Hm. Ich brauche wirklich dringendst eine Tranktasche. Dann könnte ich die alle aufheben. Ich glaube, das machen wir dann auch. Ja, nee. Dann lass mich nochmal kurz warten. Speichern. Ich hoffe, das bringt was. Unterm Bett nachgucken. Da finden wir eine bleiche Tunik. Ihh. Gitt, gitt. Machen wir hier nochmal auf. Sofern ich das hinbekomme. Na komm. Okay, dann halt nett. Hier liegt aber mindestens noch eine Falle. Ich hätte den Feuerschutztrank wahrscheinlich einfach nehmen sollen. Bereitet euch auf den Tod vor. Rejik muss weiterarbeiten. Ja. Wunderbar. Vor dir habe ich am meisten Angst. Der Runenmeuchelmörder, den müsste ich eigentlich mit irgendwas ärgern. Irgendwas Heftigem ärgern. Ich habe allerdings... Ja, ich hätte noch Heiliges Zerschmettern. Das hebe ich mir... Hebe ich mir das auf? Also ich denke, du haust ab. Ich denke, wir haben ja gar kein großes Problem. Schützt dich... Ähm... Das heißt, schützt dich. Oh, oh, zwei von euch. Richtig. Zwei Runenmeuchelmörder. Okay, okay. Den habe ich gut getroffen. Ein Knochenscheusal. Oder Knochengolem. Auf den habe ich keine Lust. Okay, der kommt nicht ran. Das gefällt mir. Dann machen wir zuerst die Runenmeuchelmörder weg. Oh mein Gott. Nein. Nein. Okay. So viel zur Theorie. In der Praxis sieht das dann ganz anders aus. Ich will jetzt auch gar nicht mehr freikommen. Ich will sterben. Danke. Danke, danke. Ja. War alles Teil des Plans. Okay, diesmal räume ich die Kerle weg. Wir schonen keinen Zauber. Wir räumen die Kerle weg. So, ich denke, ich habe... Habe ich die Tunik schon geholt? Ja, nein. Ich hole mir die Tunik. Ja, ich bin hart im Nehmen. So. Göttliche Macht. Dann nehmen wir... Nehmen wir den Feuerschutztrank. Ich nehme den jetzt einfach mal. Falls der Feuerball mir Schaden macht... ...bin ich geschützt davor. Ja, das ist meine Idee. Ich kann ja nicht immer Glück haben. Oh, ein Blitz und ein Feuerball. Okay, wunderbar. Habe ich doch noch Glück gehabt. Dann wollen wir euch mal weghauen. Los, Zauber. Ich will vor allem die düster Schrecken weghaben diesmal. Okay, fast. Denn die haben mich, glaube ich, festgehalten. Wunderbar. Jetzt ist doch alles gut, oder? Uiuiui. Vielleicht auch nett. Vielleicht auch nicht. Dann wollen wir nochmal Spiegelbild. Jetzt nett aufgeben. Nett nachlassen. Die Kerle treffen dafür, dass die Diebe sind, viel zu gut. Vor denen habe ich immer riesen Respekt. Die geben auch 4.500 Erfahrungspunkte. Meine Güte. Das haben sie sich auch verdient. Diesen Status. Okay, das ist die Steinhardt. Die wollen wir auch mal neu machen. Okay, okay. Unbändige Woge. Beine so schwer. Außerdem habe ich anscheinend jetzt ein Feuerschild. Oder was auch immer. Was ist das? Warum brennt es hier? Okay, das war nur ein grafischer Effekt. Keine Ahnung. Los, stirb. Wunderbar. Uh, Chaos-Sphäre. Ich muss ein paar Zaubersprüche benutzen. Ich bin verlangsamt. Okay. So weit, so gut. Die stecken wir mal weg hier. Und den Regenerationstrank trinke ich jetzt. Dann machen wir die ganzen Kisten auf. Die werden mir bestimmt noch einiges an Schaden anrichten. Kurzbogen ohne Sehne. Sehr, sehr wichtig. Kommt in mein... Au. Kommt in mein Haus. Kommt in mein Haus. Ah, ja. Okay, okay. Wir benutzen die Schriftrollen. Zum Identifizieren von den Sachen. Dann sind sie weg. Dann habe ich einen Platz mehr im Inventar. Ja, das war nicht besonders hilfreich. Weg mit dem Gegengift. Ja, wenn es denn sein muss. Her mit den Sachen. Das hatte ich schon angeklickt. Ja, da ist nichts drin. Ich bin verlangsamt. Hilfe. Das ist doch kein Zustand. So kann man doch nicht spielen. Ich frage mich, wie lange das anhält. Okay. Was lassen wir liegen? Was werden wir liegen lassen? Ich bin mir noch nicht sicher. Schauen wir doch einfach mal hier rein. Freundschaft. Weg damit. Ja, ich denke, das kurzschwärts sind bestimmt 250 Goldmünzen. Die will ich auf jeden Fall haben. Ich bin Kleriker der Stufe 9. Wunderbar. Ein Zauber der Stufe 4. Einen der Stufe 5. Den wollen wir gleich auch mal verteilen, damit ich es nicht vergesse nächstes Mal. Oder wenn ich das nächste Mal raste. Und zwar hätte ich da gerne vielleicht den Todesschutz. Ja, warum nicht? Und gerechte Magie. Ja, gerechte Magie wollen wir auch mal machen. Gerechte Magie ist ein toller Zauber. Und der lohnt sich auf jeden Fall. Dann wollen wir noch mal gucken, ob ich Steinau den bekomme. Wunderbar. Das hat funktioniert. Ich habe panische Angst davor. Oh ja, davor auch. Nein, ich habe panische Angst davor. Ich hoffe, das bringt was. Dass ich mal eine wilde Woge habe, die all mein Gold zerstört. Besonders, da ich jetzt die 15.000 Gold brauche. Ich kümmere mich drum. Um sie den Vampiren zu geben. Und ich glaube, Bodhi wartet nicht ewig darauf, dass ich im Friedhofsviertel vorbeigucke. Ich will deine Waren sehen. Ich habe Zeugs zu verkaufen. Und zwar die Kurzschwerter. Hi, menschliches Fleisch. Richtig, darüber haben wir uns sogar nicht aufgeregt. Wo ist das andere Kurzschwert da? Das Kurzschwert der Heimtücke kannst du auch haben. Und dann schauen wir noch mal kurz in den Edelsteinbeutel. Naja, was heißt kurz? Machen wir leer. Da ist wieder eine Menge Zeugs drin. Meine Güte. 800 Goldmünzen noch mal. Aus dem Edelsteinbeutel. Cool, dann sollte ich die... Ja, das kann weg. Infravision kann weg. Infravision kann weg. Bezauberung des Schlaf kann weg. Kalte Hand kann weg. Ich haue jetzt einfach die Sachen raus, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Das werde ich vielleicht benutzen. Fluch der Schwäche kann weg. Die sind alle relativ nützlich. Okay. Unsichtbares Entdecken ist nützlich. Personen bezaubern. Ja, da habe ich einen Ring für. Der Rest ist relativ nützlich. Außer Vertrauter finden natürlich. Illusionen entdecken ist nützlich. Illusion entdecken ist nützlich. Hell sehen kann weg. Okay. Ich denke, das hat eine Menge gebracht. Ich denke, jetzt sollte ich wieder Platz haben. Ja. Wunderbar. Dann bringe ich noch die zwei Sachen in meine Wohnung. Das menschliche Fleisch wird auf jeden Fall aufgehoben. Sollten wir vielleicht auch nochmal lesen. Ein Gewand aus schlampig zusammengenähten menschlichen Häuten. Ich hoffe, der Polizist nimmt das als Beweismittel. Ich hoffe es. Ich weiß natürlich, er macht es nicht. Aber hey, man kann ja hoffen. Und ich glaube, ich breche hier ein. Breche ich hier ein? Ich glaube, das ist die richtige Tür. Ich glaube, das ist die richtige Tür zum Einbrechen. Ich warte noch. Ja, ich warte noch. Warte mal, lass mich die Tür mal aufmachen. Okay. Ich dachte, da wäre eine Falle an der Tür. Gut. Hier ist nämlich eine Falle, die mich umbringt. Ich hoffe, das bringt was. Wenn das das richtige Haus ist. Okay. Nicht das richtige Haus. Ich hätte hier gar nicht reingehen sollen. Habe ich verwechselt. Ich kümmere mich drum. Aber gut, haben wir mal geklärt. Haben wir geklärt. Dann gebe ich jetzt die Quest ab. Bei dem guten Polizisten. Wir haben schon 15 Uhr. Okay. Und holt dann den Kelch. Es war der Gerber. Ich habe Beweise gefunden. Man kann ihn auch einfach so angreifen. Dann hat man aber nicht die Gelegenheit zu sagen, dass man Beweise gefunden hat. Und kriegt eine schlechtere Belohnung. Wunderbar. Viel Erfahrungspunkte. Ruf und Gold. Und der Mann haut ab. Wollen wir ins Tempelviertel zurückgehen? Und unseren Paladin, den Herrn Troll, nach dem Kelch fragen. Und dann ist hoffentlich auch schon Nacht. Weil ich bezweifle es, dass dann schon Nacht ist. Dann machen wir noch ein paar Kleinigkeiten. Es gibt so viel zu tun in Baldur's Gate 2. Damit kann man bestimmt drei, vier Folgen füllen. Also so mit kleinen Kram. Wie diesen Quests hier. Komm, lauf. Bisschen schneller als sonntags. Es ist Samstag heute. Und du lass mich in Ruhe, Miranda. Lass mich in Frieden. Ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht Verantwortung für deine Tochter übernehmen. Ich war gar nicht hier, als die geboren wurde. Und auch neun Monate davor war ich nicht hier. Da war ich noch in Kerzenburg. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, man kann den Kelch auch nicht stehlen. Man muss mit ihm reden. Und er gibt ihn einem. Ich glaube, der liegt hier nirgendswo rum. Da könnte ich allerdings falsch liegen. Er gibt ihn mir auch nur sehr widerwillig. Und ich muss auf jeden Fall versprechen, ihn wieder zurückzubringen. Mal schauen, was das für ein Kelch ist. Ein goldener Kelch Die Goldpolitur des großen Kelchs glänzt prächtig, wenn ihr ihn in euren Händen dreht. Das kalte Metall trägt eine einfache Inschrift Anarkt der Furchtlose. Der Kelch wurde ihm für seine treuen Dienste beim höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens übergeben. Er war für ihn ein Symbol seiner Ehre und sein Verlust hat seinen Stolz tief verletzt. Dadurch wurde sein Zorn darüber, dass er seinen Status als Paladin verloren hat, nur noch verstärkt. Okay. Sehr wichtiger Gegenstand. Und ich überlege gerade, benutzen wir irgendwelche... Achso, ich weiß gar nicht mehr, ob Schriftrollen zählen. Kann ich unter freiem Himmel in Afqatla Schriftrollen benutzen? Ich glaube fast nicht. Und ich wollte gerade. Ich meine, ich kann... Ich kann meinen Zauberstab benutzen. Nicht den, den hier unten, den Feuerstab. Den kann ich benutzen. Ohne, dass die verhüllten Magier kommen. Lustig wieder. Ja. Ohne, dass die verhüllten Magier vorbeikommen. Und das werden wir also auch machen. Denn die Paladine durchschauen meinen Plan. Spoilerwarnung. Hallo. Ich bin zurück. Ja, ich möchte mich euch anschließen. Ihr lügt. Es ist unmöglich, dass ihr den Kech so leicht erringen konntet. Ich habe immer noch meine Augen und Ohren im Orden und ich weiß von der Aufgabe, die euch rein der Troll abverlangt hat. Was? Man hat mich verraten. Ja, man hat euch verraten. Und jetzt müssen wir mit 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ex-Paladinen mit großen Zweihandwaffen kämpfen. Das wird ein Spaß. Dann wollen wir mal. Ich denke, ein Feuerball ist angebracht. Oh, alle außer dir habe ich erwischt. Und, ja, okay. Oh. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Ey, ey, ey. Lasst mich weglaufen. Lasst mich weglaufen. Ich kann mich doch nicht mit euch messen. Mit euch großen männlichen Paladinen in euren strahlenden Rüstungen. Hehe, nimm das. Und weiter. Lauf, 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 lauf. Schön im Gänsemarsch. Ich muss aufpassen, dass ich keine Zivilisten verletze. Das ist immer die Gefahr. Wow. Ich bin nicht viel schneller als die. So. Ich denke, da hinten ist ein gutes Punkt. Oh. Oh. Tut's weh. So ist das halt. Hätte der Mama Gie gelernt. Oh, der Bettler, der Bettler. Pass auf, Bettler. Okay. Wer bist du? Bertrand, der Gefährte. Lauf weg, lauf weg. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, wegzulaufen. Ja, ich benutze den Stab. Ganz viel. Ich denke, gleich bin ich bereit für einen ehrenhaften Zweikampf. Dich hau ich mit einem Schlag um. Komm. Ja, ein Schlag, hab's gesagt. Dich auch. Und dann haben wir unseren männlichen Zweikampf. Anark, der Furchtlose. Ja, ich denke, den kriege ich tot. Stirb. Schon mal vorsorglich ein paar Lebenspunkte mir von ihm gegriffen. Na, komm. Stell dich nicht so an. Mach's nicht schwerer, als es sein muss. Ja, so ist gut. Jetzt sieht man auch, wie schön doch meine Rüstung ist. Also meine, meine Robe. Und ich könnte... Normalerweise würde ich diese ganzen Teile hier, die ganzen Plattenpanzer zum Händler schleppen. Aber so habe ich einfach nicht den Platz dafür. Also lassen wir's. Ich gucke nur noch mal, ob auch wirklich alle tot sind. Nicht, dass hier noch einer von den wütenden Paladinen rumläuft und nur auf mich wartet. Einer müsste hier liegen. Ja, den habe ich da umgebracht. Daran erinnere ich mich. Und einen habe ich vielleicht abgehängt. Wahrscheinlich steht hier oben einer, ja. Nein. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Wo ist Nummer sechs? Nummer sechs ist entkommen. Oder ich zähle falsch. Das ist absolut möglich, dass ich falsch zähle. Wäre nicht das erste Mal. Sowas soll vorkommen. Aber wir haben die Aufgabe erfolgreich erfüllt. Ich kann zurückgehen zum Tempelfiertel und den Kelch zurückgeben. Ich kümmere mich drum. Was passiert jetzt, wenn ich einen Trank nehme? Okay, dann muss ich wieder klicken. Okay. Einen Trank muss ich, glaube ich, noch nehmen. Ja, mindestens. Aber wobei, ich warte lieber. Ich warte, ja. Ich warte. Ich habe ja mehr Lebenspunkte im Moment. Wegen dem Vampirgriff. Ich denke, ich bin dann voll, sobald der ausläuft. Und dann bringen wir noch ein paar andere Leute um. Ja, wo wir schon dabei sind, Leute umzubringen. Warum aufhören? Es gibt in Waukins Promenade noch eine Gruppe, die ich gerne tot sehen will. Und deren Sachen ich gerne verkaufen will. Vielleicht komme ich dann ja... Ja, ich habe eine Menge Geld im Moment. Vielleicht kriege ich dann ja genug Geld, mir noch was zu kaufen. Und trotzdem noch die Vampire zu bezahlen. Mal sehen. Erstmal kann ich dich beruhigen. Die Paladine sind alle tot. Zumindest größtenteils. Oh, ich kriege Ruf und Heilhandschuhe. Wunderbar. Die heilen 10 Trefferpunkte täglich. Und ich kann sie da anziehen. Ja, also sind sie nutzlos für mich. Denn da bleiben die Rüstungsklassenarm-Schienen. Zumindest auch für die vorhersehbare Zukunft. Vielleicht sogar für immer. Ja, vielleicht sogar für immer. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich für immer. So, Waukins Promenade. Dann wollen wir einfach nochmal Sachen verkaufen gehen. Ein paar Sachen in meinem Haus abladen, wie die Menschenhaut. Die will nämlich niemand kaufen. Oh, Wunder. Ich weiß gar nicht, warum. Ist doch so ein toller Gegenstand. Ob die hier einen Elefanten haben? Ne, ich glaube hier, der Zirkus hat gar keinen Elefanten. Also der Zoo hier unten. Das hätten wir gesehen. Ich bin da ja schon mehrmals dran vorbeigelaufen. Deswegen war der Gerber wahrscheinlich die einzige Option. Was? Ah, okay. Ich will dir Sachen verkaufen, wie diese Heilungshandschuhe. Heilungshandschuhe. Den Trank. Die helle Bade. Ich brauche dringend eine Tranktasche. Weg damit. Weg damit. Da würde ich mich nur ärgern, wenn ich 300 Goldmünzen versaufe. So, 27.000 Gold. Das reicht immer noch nicht komplett für Wegners Robe plus plus die 15.000 für die Vampire. Das wäre nämlich das nächste, was ich mir kaufen will. Wegners Robe. Also legen wir Oh, hier ist schon eine Menge Zeug drin. Also legen wir ein paar Sachen ab. Zum Beispiel die Menschenhaut und Gesensbogen. Außerdem packen wir mal fünf Heiltränke weg. Die kann ich mir immer wiederholen. Ich komme ja regelmäßig zu meinem Haus. Da spare ich einen ganzen Platz im Inventar. Und wir bringen jetzt nochmal eine Gruppe Abenteurer hier oben um. Im Wie heißt es? In der Höhle der sieben Geier. Wir fangen einen Streit an. In der Höhle der sieben Geier. Und ich hoffe, ich kann den noch gewinnen, ohne vorher zu rasten. Denn so langsam geht es auf den Abend zu. 16 Uhr erst. Ich muss mindestens warten, bis es dunkel wird. Bevor ich mich auf den Friedhof begebe. So, vor Bösem geschützt. Habe ich irgendwie wieder mehr Zauber? Ich habe... Hä? Ich habe doch vorher noch gerechte Magie gelernt. Wieso ist der Zauber schon hier? Wieso sind die Zauber wieder hier? Wieso habe ich alle meine Zauber wieder zurück? Was ist hier los? Waren das die bunten Farben von vorhin? War das die wilde Woge? Habe ich alle meine Zauber wieder? Oder habe ich... Oder habe ich... Habe ich gerastet? Was ist... Was ist passiert? Ich will nicht noch einen anderen Bug in meinem Spiel haben, der irgendwie bei Kartenwechsel oder so alle meine Zauber wiederherstellt. Okay, das ist nur noch der Paladin-Kampf. Da muss ich im Video nochmal gucken, wo meine Zauber wiederhergestellt worden sind und ob ich das irgendwie verhindern kann oder ob das irgendwie... Ob das nur Glück war jetzt. So, ich will chaotische Befehle. Dann können wir uns auch richtig buffen. Ja, können wir uns richtig, richtig, richtig buffen. Chaotische Befehle. Schön, äh, Spiegelbilder. Vielleicht war das der Vampirgriff. Ähm... Und ich denke fast, das war's dann. Ja, ich hab ja alle meine Zaubersprüche. Was soll ich mich groß anstrengen hier? Euch mach ich drum schlaffertig, oder? Die Kerle beleidigen uns und dafür werden sie jetzt leiden. Menka... Wo ist er? Menka-Felsschmetterer. Du bist ja, glaube ich, der härteste von allen. Wobei, der Orksschützer-Kerl ist auch nicht schlecht. Ich stelle mich mal zum Magier. So, wie sich das gehört. Und dann fangen wir an mit Sonnenfeuer. Und hören erst auf, wenn niemand mehr steht. Okay. Der Magier ist tot. Wunderbar. Nee, der Magier ist nicht tot. Ich habe... den da umgebracht. Den Imp. Okay, das gefällt mir. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich den Magier jetzt bekomme. Der trinkt Tränke. Das gehört sich nicht. Hör auf, Tränke zu trinken. Das ist unfair. Wobei... Und unsichtbar. Dann wollen wir mal euch umbringen hier innen drin. Du bist doch bestimmt noch hier. Wo ich dich gelassen habe. Nein? Du bist da auch rausgegangen. Oh mein Gott. Na dann. Skelette. Ah, okay. Da haben wir sie. So, dann will ich einfach mal einen Feuerball da reinwerfen. Winsele. Stirb. Brennen, Riesling. Nein, du musst sterben. Mist, Mist, Mist. Jetzt entgeht mir eine der schönsten Gegenstände hier, weil der Dieb rennt weg, wenn er zu wenig Lebenspunkte hat. Ärgerlich, ärgerlich. Vielleicht trinke ich ihn ja noch, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der ist für immer weg. Der Gute. Oder der Böse eher. Ja, du bist nicht hier. Aber ich kann hier ein bisschen die Wache benutzen. Hey, hör auf. Das tut doch weh. Hat der keine Manieren, der Magier? Ja, der Magier hat keine Manieren. Es ist offiziell. Dann muss ich halt Tränke trinken. Okay, stirb Magier. Das hast du davon. Ich denke, den schaffe ich dann. Wenn ich hier nicht die... Ui. Wenn ich hier nicht die Gäste umbringe durch eine wilde Woge, ist alles in Ordnung. Stirb, Menka. Komm, stirb. Du willst doch gar nicht leben. Du willst doch sterben. Du willst dich hinlegen. Du willst dich ausruhen. Komm. Und lass mich ihn umbringen. Ich will nicht, dass die Wache die Erfahrungspunkte bekommt. Die kann damit nämlich nichts anfangen. Wunderbar. Her damit. Her mit all dem Zeugs. Oh ja. Deswegen sind wir hier. Wegen all den schönen Sachen. Vor allem aber wegen dem Prunkanisch da. Der wird noch nützlich sein. Der ist nämlich eine Menge wert. Hey, geh nach unten. Geh zurück nach unten. Du willst nicht hier sein. Gute Idee, das mir zu übertragen. Oh yeah. Okay, das geht schneller, als ich gedacht habe. Ich hab dich ja gleich. Oh. Und tot. Dein Schwert ist jetzt mein Schwert. Na komm. Ich muss gucken, dass ich die Dinger aufkriege. Aber ich krieg sie nicht auf. Okay. Eins kann ich mit einem Zauber öffnen. Das werden wir direkt mal versuchen. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das hätte in die Hose gehen können. So, dann sind wir fertig hiermit. Kann ich den Loot verkaufen gehen. Ist ein bisschen schade, dass ich den Dieb nicht erwischt habe. Und dass ich Hilfe mir geholt habe. Aber naja. Dafür sind die Wachen ja da. Und so viel hat die nun auch nicht gemacht. So viel Schaden hat die nicht angerichtet. Ich hoffe, ich kann keine wilde Woge beim Identifizieren auslösen. Denn da ich die Zaubersprüche habe, werde ich die benutzen. Stab der Blitze. Und ein zweihändiges, verfluchtes Berserkerschwert plus 3. Das gibt's auch schon in Baldur's Gate 1. Ganz tolles Item. Ganz, ganz tolles Item. Der Träger des Schwertes wird rasen. Und es kann nur durch einen Bannzauber entfernt werden. Also immer wenn der Kampf losgeht, dreht der durch. Nutzlosester Gegenstand vielleicht. Naja, nicht im Spiel. Nein, aber ein total nutzloser Gegenstand. Und leider auch nicht viel wert. 300 Goldmünzen. Immerhin. Muss es anscheinend einen Markt für geben. So. Der Kriegshammer kommt weg. Den Stab der Blitze, den behalte ich mal. Ich hab 30.000 Goldmünzen. Woher hab ich den Umhang der Unauffindbarkeit? Hat denn der Magier dabei? Ich bin verwirrt. Ich dachte, der würde mir entgehen, wenn ich den Dieb nicht töte. Hab ich den Dieb getötet? Ich bin verwirrt. Hab ich das schon gesagt? Ja, oder? Kann auch an mir liegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein toller Umhang. Ich denke, ich werde ihn nicht wirklich brauchen. Aber ein toller Umhang. Dann schauen wir mal, was ich hier... Uh, Silberringe habe ich. Was ich hier mir leisten kann. Was soll ich tun? Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Weg nachs Robe. 22.000 Goldmünzen. Das heißt, wenn ich mir die kaufe, dann habe ich kein Geld mehr. Dann habe ich nur noch 8.000 und die Vampire wollen nicht mit mir reden. Okay. Das heißt, das kann ich nicht machen. Die kann ich mir im Moment nicht leisten. Keine Chance. Selbst wenn ich alles verkaufe, was ich hier so habe. Die Schurkenrobe. Vielleicht, wenn ich die Abwehr am Reifen verkaufe. Aber hey. Die will ich nicht verkaufen. Die will ich behalten. Die will ich anhaben. So, dann gehen wir jetzt. Wo gehen wir jetzt hin? In mein Haus? Habe ich was zum Wegräumen? Habe ich was, was ich aufheben will? Nee. Nicht wirklich. Ich kümmere mich drum. Wir könnten ins Brückenviertel gehen. Und mit Brückenviertel meine ich ins Stadttorviertel. Da gibt es noch einen Leichnam. Unseren ersten Leichnam. Ja, wir töten jetzt einen Leichnam. Das ist meine Aufgabe. Das kriege ich hoffentlich hin. Ich habe ja zum Glück hier diesen chaotischen Befehle noch auf mir. Die könnten sehr nützlich sein. Wenn es an den Leichnam geht. Wollen wir einfach mal gucken, ob die noch da sind, wenn ich angekommen bin. Und dann gibt es den Warentest. Was liegt hier? Ach so. Uninteressant. Total uninteressant. Wir wollen hier rein. Ich will einen Leichnam töten hinter dieser Geheimtür, die ich jetzt wieder entdecken muss. Komm. Mach es mir nicht so schwer. Ich will doch nur den Leichnam töten. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Na, das reicht auch noch nicht. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Dann kann ich höchstens noch gerechte Magie zaubern. Und die Tür aufprügeln. Mit all meiner Kraft. Komm. Jetzt habe ich nämlich Kraft 5, also Stärke 25. Göttliche Macht entlehnen und gerechte Magie zusammen. Dann brauche ich Todesschutz. Ich denke, der Leichnam wird eine Menge Todeszauber haben. Und dann wollen wir mal da rein. Ich habe keine Ahnung, wo mein Charakter wüsste, dass hier ein Leichnam ist. Aber ich weiß es. Das heißt, wir holen uns den. Los, stört. Lange ruhte ich in den Hallen unterhalb der alten Stadt. Lange ruhte ich in Frieden. Eure Störung wird nicht ungestraft bleiben. Was haben wir? Verbesserter Schutzmantel und gespiegelt. Dann hole ich mal mein Illusion entdecken. Das könnten wir machen. Das holen wir mal raus. Illusion entdecken. Die Schutzform... Oh, wahrer Blick. Schutzformel gegen Feuer holen wir raus. Das macht Sinn. Schutz von magischer Energie. Oh mein Gott. Das wäre natürlich eine... Ja, hebe ich mir mal auf. Hebe ich mir mal auf. Sagt mir, was zu tun ist. Habe ich Bresche? Ja, habe ich. Ja... Erstmal Illusionen entdecken. Uh, okay, cool. Da kommt ein Zeitstopp. Ich sehe es doch schon. Ich gehe, ich gehe. Ich mache es gut. Mach es gut, Herr Leichnam. Kein Interesse an deinem Zeitstopp. Jetzt die Frage, ob der gezaubert wurde, der Zeitstopp, oder nicht. Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Ich gehe mal wieder rein. Okay, du bist noch da. Dann wollen wir dich mal brechen. Sofern das funktioniert. Und draufhauen. Okay, gegen Bresche bist du immun. Du Drecksack. Meine Waffe ist unwirksam. Das heißt, ich sollte damit aufhören. Und versuchen, mich irgendwie vor seinen Zaubern zu schützen. Ich könnte Heiligtum zau... Oh, Schutz vor Bösem habe ich nicht gezaubert, oder? Schutz vor Bösem. Jetzt hat er nämlich einen Höhlenschlundschäuser beschworen. Und das wird mich ignorieren. Und er greift es an. Oh, oh, das tat weh. Heiltrank. Ich darf nicht im Feuer stehen. Ich glaube, aber das ist einfach zu klein hier, die Umgebung. Ich muss ja quasi im Feuer stehen. Außer ich gehe. Und das will ich nun wirklich nicht machen. Hörgarten hat er gemacht. Okay, das ist schief gegangen, was mir gefällt. Dann könnte ich... Ja, er ist ja sowieso immun gegen fast alle meine Zauber. Ich könnte mich immun gegen Furcht machen. Das klingt gut, nur für die Zukunft jetzt. Dann hauen wir ihn einfach mal. Okay, das hat funktioniert. Einen Schadenspunkt habe ich ihm verursacht. Das heißt, er hat noch eine Steinhaut drauf. Ich muss den Symbolen... Oh, was war das? Verbesserter Schutzmantel? Okay, da muss ich warten. Da habe ich gerade nichts, was ich tun kann, außer einen Heiltrank nehmen. Symbol Tod, wunderbar. Würde bei mir aber auch nicht funktionieren, denn ich habe ja hier diesen Schutz davor. Ich bewerfe ihn einfach. Schauen wir mal, ab wann ich damit durchkomme. Ich soll Spiegelbilder hochbringen. Es kann mich vielleicht mal von einem AOE-Zauber schützen, den er auf mich zaubert. Okay, will ich den wahren Blick hierfür verwenden? Nee, der kommt sowieso gleich wieder. Ich bleib mal dabei und mache nichts. Ja, da ist er wieder. Ui, das war heftig. Das arme Scheuza. Aber das hat er sich selbst zuzuschreiben. Alles seine eigene Schuld. Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich will immun gegen Feuer sein. Wenn der Kerl hier ist, will ich immun gegen Feuer sein. Da habe ich keine. Wow. Okay, Ifrit gegen oder Ifrit gegen Höllenschlundscheuza. Ich gehe auf den Leichnam. Ja, der Leichnam muss sterben. Das war Schutz vor magischen Waffen vom Leichnam in einem Notfall. Wunderbar. Das heißt, ich stehe jetzt hier erstmal rum und mache nichts. Ich könnte meinen Schutz vor Bösem erneuern. Vielleicht. Wer weiß. Ich habe nämlich die Hosen voll. Das hält nämlich nicht allzu lange. Ja, ich erneuere es mal. Ich will nicht, dass das Höllenschlundscheuza plötzlich anfängt, auf mir rumzuhacken. Und ich denke, ich kriege den Leichnam. Und das ist kein großer Kampf. Ich sehe es ein. Aber hey, wenn er so doof ist, was soll ich machen? Ich kann ihm da nicht helfen. Ne. Ich kann ihm da wortwörtlich nicht helfen. Komm, bring ihn um. Ja, okay. Damit ist er tot. Das war ein Level für mich. Stirb, Höllenschlundscheuza. Ich denke, du musst jetzt auch gehen, oder? Meine Güte, ich treffe das ja kein Stück. Okay. Dann auf in den Nahkampf. Ich bin immun gegen Feuer. Ich bin immun gegen Geistesbeeinflussung. Geistesbeeinflussung. Ich bin immun gegen das Höllenschlundscheuzaal. Ich bin immun gegen Furcht. Das ist wahrscheinlich das Schönste an dem ganzen Charakter. Dass ich mich gegen fast alles immun machen kann. Wenn ich nur lang genug Vorbereitungszeit habe. Oh mein Gott. Komm. Du musst das doch mal treffen. Ja, so zum Beispiel. So ist gut. Jetzt noch so ein Treffer und dann ist es doch tot. Oh, bleib doch mal stehen. Streng dich mal an, Junge. Gut. Und noch einen. Na komm. Das regeneriert schneller, als du ihm Schaden machen kannst. Das ist peinlich. Du blamierst mich. Junge. Okay, es ist es ist nicht mehr hier. Ich habe es nicht tot bekommen. Es ist vorher verschwunden. Von alleine. Ärgerlich. Peinlich. Wenn es denn sein muss. So, dann schauen wir mal, was in deiner Kiste ist. Ich sagte, oh mein Gott. Jetzt nicht noch das auch noch. Ich sagte, wir schauen, was in der Kiste ist. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Warum habe ich die Tränke noch verkauft? Die Stärketränke? Oh mein Gott. Gut, Level up. Ein Trefferpunkt. Mal schauen, ob meine Zauber alle wieder da sind. Nein. Also ich habe keine Ahnung, warum die eben alle wieder da waren. Klopfen habe ich schon benutzt. Das ist ärgerlich. Ich könnte versuchen, Klopfen so zu zaubern über Nahals gewagte Hexerei. Das kann aber auch so fürchterlich in die Hose gehen, dass ich das eigentlich nicht machen will. Das kann ich alles, nein, nicht alles identifizieren, aber zum Teil. Okay. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja, dann versuchen wir das mal. Ich fühle mich heute als wäre heute mein Glückstag. Das heißt, Nahals gewagte Hexerei. Klopfen auf die Kiste. Wow. Zauber angewandt. Ich fühle mich erfrischt. Ich habe einen Teil meiner Zauber wieder. Unter anderem Klopfen. Cool. Sehr cool. Dann machen wir mal die Kiste auf. So funktioniert das hier bei mir. Einfach Glück haben. Wenn es anders nicht geht, einfach über Glück lösen, das Ganze. Glück funktioniert immer. Das ist das Schöne an Glück. So, das passt. Den Stab kann ich auch wieder nehmen. Dann haben wir hier den Tagesstern. Also, die Waffe Tagesstern. Dann gehe ich jetzt zurück und identifiziere den ganzen Krempel. Und wir haben einen Leichnam besiegt. War relativ einfach, oder? So ähnlich funktioniert das auch bei den stärkeren Gegnern. Die KI ist einfach nicht so intelligent, dass die einem wirklich Probleme macht. Solange man ein Monster vorschickt. Oder solange man sich vor den richtigen Sachen schützt. Ich denke, ich werde die, den rosa Raum zum Beispiel ganz ähnlich lösen. Mich immun machen gegen die wichtigsten Sachen. Und dann einfach auf den Leuten rumhauen, bis sie tot sind. So, auf zum Abenteuer ist allerlei. Vielleicht kann ich mir ja doch noch Weckners Robe kaufen heute. Und dann trotzdem noch heute Abend den Vampiren die 15.000 Goldmünzen geben. Das wäre schön, oder? Dann würde ich top ausgerüstet gegen die Schattendiebe antreten. Und dann brauche ich dringend auch noch die 7-Meilen-Stiefel. Die stehen dann als nächstes auf der Liste. Ich hoffe, das bringt was. Einfach damit, dass es ein bisschen schneller geht, das Fortbewegen. So, ich will, dass du mir ein paar Sachen identifizierst. Das kostet jetzt eine Menge Kohle, was ärgerlich ist. Aber was soll man machen? So, das ist ein Zepter des Schreckens. Das ist eine Waffe, die werde ich einfach verkaufen. Ein weiterer Unsichtbarkeitsring, den kann ich gut gebrauchen. Jetzt habe ich zwei Stäbe der Blitze. Und noch ein Stab des Feuers. Und Tagesstern. Tagesstern muss man eigentlich aufheben. Aber da ich es nie benutzen werden kann, kann man das so sagen? Also ich werde es nie benutzen können, brauche ich es auch nicht aufzuheben. Das ist total ärgerlich. Es ist fast, ich glaube, Tagesstern ist meine Lieblingswaffe. Alleine so von der Hintergrundgeschichte und von der Fähigkeit. Die kann nämlich Sonnenstrahl zaubern. Das ist irrsinnig geil gegen Untote. Ich denke aber, das wird nichts. Ja, das wird nichts. So, 34.000. Wie sieht denn das jetzt aus mit uns beiden hier? Gib mir mal meinen Ring. Gib mir mal den Opal. Dann sag mir nochmal, wie viel kostet die Ruhe von Wegner? Wahrscheinlich zu viel. Wahrscheinlich viel zu viel. Immer noch 22.000. Das heißt, wenn ich die kaufe, habe ich immer noch zu wenig Gold. Schade. Richtig, richtig schade. Aber was soll man machen? Ja, was soll man machen? Der kommt da rein. Und die hebe ich alle auf. Ich muss unbedingt den Blitzstab mal benutzen. Ja, den werde ich bei nächster Gelegenheit benutzen. Dann haben wir nur sechs Stunden in-game heute verbraucht. Das ist ja ärgerlich. Wirklich, ja. Ich wollte eigentlich, dass es dunkel ist, wenn wir fertig sind. Aber naja, müssen wir vielleicht nächstes Mal rasten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.